Herzlich Willkommen zur 85. Montagsdemonstration bei endlich mal wieder wunderschönen sommerlichem Wetter. Ich bin Axel Wieland vom Aktionsbündnis. Herzlich Willkommen! Wir sind in einem entscheidenden Punkt angekommen. Frau Homburger hat es auch schon gemerkt. Frau Homburger, fast 3 Prozent, schlägt wild um sich. Und der entscheidende Punkt äußert sich darin, wir machen es heute sehr kompakt, weil wir viele Redner haben. Ah, ich glaube jetzt kommt der Sound besser rüber. Ich höre mich jetzt auch. Kurz kompakt zum gut zuhören. Der entscheidende Punkt. Das unumkehrsbarste Projekt Deutschlands hat einen ergeißelten Konkurrenz bekommen. Durch einen Phönix mit Schweizer Gütesiegel. Was dies für uns bedeutet, wie es dazu kam, welche Forderungen wir damit verbinden. Das gibt es heute und zwar kompakt mit Hannes Rottenbauch, Stadtrat. Matthias Oben, Fressesprecher Pro Bahn. Und der Erdweiser vom BMW. Und den Auftrag macht jetzt sofort Hannes Rottenbauch.